Was geht ab, mein Nusifalter? Oseroye mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle Und zwar gibt es neue Neuigkeiten im japanischen Dokkan Battle Neuigkeiten zur Christmas Campaign, zur Weihnachtskampagne Da werden gewisse Events kommen, das wird sehr, sehr schön sein Wir sind auf DBC Space, nicht wundern, aber die Informationen sind auch ingame Wir werden uns anschauen, was damit auf sich hat Let's go Und zwar Loginboni Loginbonus geht am 14.12. los um 20 Uhr Ihr seid mir schon online, wenn ihr das Video anguckt Oder es kommt noch online, je nachdem Und zwar wird das Ganze so laufen, dass ihr jeden Tag, wenn ihr euch jeden Tag einloggt Dass ihr Dragon Stones bekommt Wir wissen noch nicht wie viel genau Aber das wissen wir dann, wenn das Ganze online geht, so gesehen Im Spiel Die Sache ist die, wie gesagt Jeden Tag Dragon Stones fürs Einloggen Aber zudem am 23., 24. und 25. Dezember Bekommen wir mehr Dragon Stones denn sonst Wie viel mehr das sein wird, wissen wir bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht Zudem wird der rote Drachenschein, der God Stone Zurückkommen, damit könnt ihr euch einen der älteren Lieder holen aus dem Barbershop Wie bekommt ihr diesen Stone? Ihr müsst euch einfach nur einloggen Genau So viel zum Loginboni Dann Leute, boom Ihr seht es richtig Ihr seht es wirklich richtig Tapion Tapion kommt mit seinem Bruder in seinem eigenen Banner Natürlich Tapion in Klammern Hildegarn Und zwar wird das sein eigener Banner sein Holy Dragon Karneval heißt das Ganze Ich habe die Übersetzung auf Dokkan Reddit Shoutout an jener da mitarbeitet auf jeden Fall Und zwar werden wir für jeden Mutlisamen Eldakai bekommen Beziehungsweise, lass mich korrigieren Ich bin ja quasi drauf Zwei SSR Mutenroshi Diese Mutenroshi fungieren wie Eldakai Deswegen habe ich einfach Eldakai gesagt Also Pro Mutlisamen in einem Dokkan, quasi Dokkan Festival Banner In einem Holy Dragon Karneval nennen sie das Ganze Bekommen wir zwei Eldakai Pro Mutlisamen Und da kommen einfach verdammt nochmal Tapion und sein Bruder Das ist wirklich Fanservice Beide wollten wirklich die Fans lange Zeit sehen im Spiel Jetzt kommen sie Leute Wann kommen sie? Am 19.12. um 8 Lass mich das kurz korrigieren Um 9 Uhr morgens Um 9 Uhr morgens unserer Zeit Warum habe ich es erst 8 gesagt? Weil wir nehmen die japanische Zeit, machen 8 Stunden Minus Dann bekommen wir unsere deutsche Zeit Da war ich gerade verwirrt Also sie kommen am 19.12. um 9 Uhr morgens unserer Zeit Leute Der Banner zu Tapion und seinem Bruder Dessen Namen ich vergessen habe Deswegen sage ich und seinem Bruder Dann kommt der Blue Dragon Stone zurück Das ist Blue Dragon Stone Nummer 3 Ihn müsst ihr euch kaufen In irgendeiner Art und Weise Entweder durch Sales Sales, sorry nicht Sales Weil ich hier Cell gesehen habe Durch Sales Im japanischen glaube ich nicht Dass es die P-Love Strophe gibt Deswegen denke ich mal durch Dragon Stone Sales Aber der rote Drachenschein Wie gesagt kommt zurück Den bekommt ihr durch Login Boni Wenn ihr euch einloggt Und mit ihm könnt ihr euch Einen der älteren Lieder holen Bzw. nicht ganz Darunter waren bis jetzt immer Super Saiyan 3 Goku Cell Strength Broly Physis Full Power Freezer Und in Ultimate Gohan Und dann bekommt der Tapion hier Aus dem Banner Noch sein Dokkan Event Ein Dokkan Event Sein Dokkan Event Für SSR Tapion Aus dem Banner Der kommen wird Kommt dann natürlich auch Am 19.12. um 9 Uhr Unsere Zeit Dies wiederum heißt Leute Dieser Tapion Ich weiß nicht Ob er Dokkan exklusiv sein wird Ich denke nicht Weil sonst sollte das so aussehen Dokkan exklusiv Er wird wahrscheinlich Ähnlich wie The Masked Sane sein Masked Sane ist auch nicht Dokkan exklusiv Aber Hat sein eigenes Dokkan Event Und da Leute Da bin ich wirklich gespannt drauf Wir wissen nicht Wir wissen nicht Wir kennen noch nicht die Details Zu der Karte selbst Was für ein Lieder er sein wird Was er kann Und so halt und so fort Aber ich gehe jetzt mal Stark davon aus Da wir jetzt in der Meta Der Kategorien sind Dass er ein Kategorielieder Sein könnte Warum? Denn Die Karte heißt regelrecht Tapion in Klammern Hildegarn Und wir wissen Tapion verwandt sich In Anime Beziehungsweise im Film Zu Hildegarn Er transformiert Und bei den Great Apes Zurückzukommen Könnte sein Dass er eventuell Der Kategorielieder Für eine Art Transformation Für die Charaktere Ist Sein wird Die sich transformieren können Great Apes und so Und so fort Das wäre cool Müssen abwarten Wie gesagt Wir kennen die Infos Wir kennen die Infos nicht Sein Dokkan Event Da bin ich darauf gespannt Dass sie sowas mit einbringen Bin ich darauf gespannt Wie das Ganze ablaufen wird Kommt auch Ebenfalls am 19.12. 9 Uhr morgens unserer Zeit Tarz Event Kommt zurück Bojack Events Cooler Events Drankstone Sale Kommt zurück Und Genau Soviel dazu Leute Freut euch auf jeden Fall Auf Tapion Aber wir haben noch was Wir haben noch was Und zwar Von den Shonen Jump Scans Haben wir ein Kimono 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 C18 Physisch Type Ähm Ihr wisst noch nicht Ganz viel was Sie so kann Details haben wir keine Aber Man bekommt sie als Login Boni Ähm Und dann wird auch Eine LR Android Campaign Starten LR Android Campaign Kommt euch vielleicht Bekannt vor Denn es gab auch Eine LR Goku Campaign In Global Im Japanischen Dokkan Battle Und tatsächlich wird das Wirklich ähnlich sein Heißt Ähm Wenn ihr euch LR Androids holt Sie Max Level macht Max Essay Bringt sie zum LR Startups Bringt sie zum 100% Bringt Im Dupe System In Potential System Auf 100% Bringt Dann bekommen wir Gewisse Sachen By the way An der Stelle Muss ich mir das Ähm Wirklich abgewöhnen Ich muss da Wirklich mal anfangen Ähm Feedback ist gerne Erwünscht Heute hat mich das Jemand wissen lassen Und ich Irgendwie bin Das gerade Unterbewusst Sehr oft Ist mir gerade aufgefallen Deswegen Wenn euch Irgendwas stört Leute Dann gibt Auf jeden Fall Feedback Okay Ich wollte gerade Ähm sagen Okay Und zwar Die LR Android Kampagne Wie gesagt Ist wirklich sehr sehr gleich Wie die von LR Goku Wir müssen im Prinzip Sie auf SA 20 Bringen Wie angesprochen Ähm Next SA 100% Und dann bekommen wir Nicht so ganz wie bei Goku Ähnlich Wir bekommen dann alle Orbs zurück Wir bekommen Statt LRK Teamkosten Warum Weil wahrscheinlich Ja Wie sie halt Free bekommen So gesehen Aus den Friend Summon Points Und man sieht Wenn man zwei Stück Erfarmt auf SA 10 Beide auf SA 20 Bringen kann Indem man beide Hier rein shop Jedenfalls bekommen wir Statt LRK Teamkosten Und Dragon Zones Bekommen wir Also darauf könnt Ich auch auf jeden Fall Freuen Das Ganze geht dann Januar Ähm Zeitraum Januar online Alles klar Leute Dann wärs es zu den News Zu Tapion Hildegard Zu Christmas Campaign Zu den LR Androids Kampagne Ich hoffe dass dir Euch gefallen Wenn ja Gebt dem Ganzen ein Like Und wir sehen uns Auf jeden Fall Im nächsten Video Peace Peace